Ein junges Unternehmen machte sich 1980 auf den Weg und wurde zum Marktführer für Vorbau-Rollladen in Deutschland. Roma – eine Erfolgsgeschichte. Folgen Sie uns in die Welt der Rollladen, Raffstoren und Tore. 450 Mitarbeiter produzieren für Sie am Stammsitz im schwäbischen Burgau und in den Roma-Werken in Rostock, Oschatz und Essingen. In modernen Showrooms zeigen wir Ihnen die reichhaltige Palette der Roma-Ideen und Neuentwicklungen. Alles, was qualitätsbewusste Kunden in ganz Europa schätzen. Der Neubau eines Hauses oder die umfassende Modernisierung beginnt meist mit der sorgfältigen Planung beim Architekten. Das Roma-Handbuch mit den umfangreichen Planungsunterlagen ist in über 25.000 deutschen Architekturbüros im Einsatz. Es zeigt viele Speziallösungen für individuelles Wohnen. Elegante Vorbau-Rollladen aus Aluminium mit integriertem Insektenschutz. Wärmedämmende Einschub-Rollladen für die Modernisierung. Formschöne Rollladen für Schrägfenster. Oder der einzige Dachfenster-Rollladen mit Jalousie-Funktion. Die intelligenten Plattformsysteme lassen sich auch mit RAFs-Toren für eine flexible Lichtsteuerung im Raum ausstatten. Automatische Aluminium-Lauftore von Roma überzeugen durch optischen Minimalismus und intelligente Technik. Als platzsparendes Deckenlauftor oder elegantes Rolltor. Doch was macht die einzigartige Qualität der Roma-Produkte aus? Aluminium ist ein besonderes Material, von dem schon Plinius im alten Rom berichtete. Leicht und doch stabil. Sorgfältig wird hochwertiges Aluminium in unseren Werken rollgeformt. Elemente, die eine besonders hohe Festigkeit erfordern, fertigen wir aus stranggepresstem Aluminium. Die Komponenten werden anschließend in vielen schönen Farben Pulverbeschichtet oder Einbrenn lackiert und sorgen so jahrzehntelang für einen glänzenden Auftritt. Alle Roma-Produkte durchlaufen mehrfache Kontrollen in jedem Fertigungsstadium. Ein ausgeklügeltes Qualitätsmanagement garantiert das hohe Maß an Qualität, das Sie von einem Marktführer erwarten dürfen. Das gilt für jedes einzelne Teil, das unser Werk verlässt. Ein dichtes Netz von 2500 Dialogpartnern in vielen europäischen Ländern sorgt dafür, dass Roma auch in Ihrer Nähe ist. Wir versprechen Ihnen, mit Roma ist es ein Erlebnis, wenn der Handwerker kommt. Die Roma-Fachpartner zeichnen sich durch fachliche Kompetenz und hohe Servicequalität aus. In modernsten Schulungszentren werden sie in jeder Beziehung fit gemacht. Sie sind technisch immer auf dem neuesten Stand und vorbildlich in Sachen Kundenorientierung. Roma-Produkte setzen heute schon Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Design. Plattformsysteme, bewegliche Lamellen, Solarpanele, Funklösungen fürs Smart Home. Unsere Forschungsteams sind stets dabei, Roma-Produkte zu verbessern und neue Ideen zu entwickeln. Auch wenn heute noch einiges Zukunftsmusik ist, gute Ideen verfolgen wir weiter. Und häufig entstehen daraus die Lösungen für morgen. Sonne und Licht, Wetter und Umwelt sind die Faktoren, die uns die Aufgaben stellen. Wir haben ein Ohr für Ihre Wünsche und wir lernen aus den Erfahrungen der täglichen Praxis. Roma möchte es Ihnen in Ihren vier Wänden so angenehm wie möglich machen. Komfortables Wohlfühlen in jeder Raumsituation. Das ist unser Ziel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. ranktisch live-w Wherever you go than to. 충- offended auch nicht mehr, aber auch nicht mehr. Auch wenn du es mich nicht mehr hello auch nicht mehr so양,hältstidigende Bondkir ist. jal